Oh, ein ganz fürchtliches Foul. Muss gelb sein, muss gelb sein. Und er beschwert sich und kriegt hier zu Recht den Karton gezeigt. Zärtlich küsst er hier das Spielgerät. Ob das wohl etwas nützen wird? Der Freistoß aus vielversprechender Distanz. Die Flanke kommt in den Strafraum. Da ist das 1 zu 0 hier im Stadion. Und die Menge tut. Das Stadion ist ausser sie. Weltklasse, dieser Treffer. Wenn Sie erstklassigen Regionalfussball erleben und am Abend richtig festen, dann kommen Sie auf Reppstein, auf Birkenau, ans Fokaltonnier. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Hans Jucke.